Der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josef Borrell, beschuldigte am Dienstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin eines nuklearen Spiels, nachdem er offiziell die Schwelle für den Einsatz seiner Atomwaffen gesenkt hatte. Putins Schritt kam nach der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der Ukraine zu erlauben, Ziele innerhalb des russischen Territoriums mit von Amerika gelieferten Langstreckenraketen anzugreifen, berichtet AP. Borrell hat erklärt, dass die EU ihre Unterstützung für die Ukraine fortsetzen muss, andernfalls wird sie gezwungen sein, in Zukunft einen viel höheren Preis zu zahlen. Wir sind nicht Teil dieses Krieges, wir unterstützen einfach die Ukraine mit militärischen Fähigkeiten, erklärte Borrell auf einer Konferenz nach einem Treffen der Verteidigungsminister des Blocks in Brüssel. Seinen Angaben zufolge zeigte das Treffen, dass es in der EU immer noch eine große Mehrheit gibt, die bereit ist, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar Schühe Schühe Tu. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnet den Krieg als militärische Sonderoperation, um die Ukraine zu demilitarisieren, während der Westen auf Russland reagierte, indem er die Wirtschaft dieses Staates mit harten Sanktionen traf. Infolge des Krieges sind Tausende von Menschen gestorben und Millionen weitere wurden aus ihren Häusern vertrieben. Aber geistet sind Tausende von Menschen gestorben, hopefully des Krieges sind Tausende,